So, da ist das Lehrer geworden. Einen recht schönen guten Mittwochmorgen, der 2. Oktober wünscht ihr der Bauer Hause. Willkommen auf meinem Kanal. Was läuft da beim Bauer Hause? Ich stehe da in der Bühne. Wir haben weggeräumt. Der Lammfell ist noch da, das muss noch runter. Und hier haben wir ja abgesperrt. Das werde ich jetzt öffnen, damit wir da wieder auf die Fahrbrücke reinfahren können. Das Licht wird dann noch aufgehängt, damit wir da unten durchfahren können. Jawohl. Und in dieser Nacht hat es 41 Millimeter geregnet. Es ist saunass. Und es ist mühsam. Wir warten auf schönes Wetter, damit wir Kartoffeln roten können. Und dann wäre auch Zuckerrüben roten angesagt. Schauen wir mal, wir müssen warten. Ja und zwischendurch, komm mal in den Ring Ersingen. Ich brauche da neue Scharspitzen für den Horsch. Horsch Terano 3FX habe ich bestellt. Da der alte Althaus ist noch gut. Aber beim Kuhn sind die Spitzen auch runter. Die Flügel lasse ich noch. Aber ich bestelle neue Spitzen. Kuhn Kult Timmer M3000 bei der Robert Eby AG. Beim Horsch, das habe ich hier der LMG Kassier bestellt. Dort haben wir den auch gekauft, den Horsch. Und der wurde in Ersingen bei der Robert Eby AG gekauft. Und Weidezaun abräumen. Hier eine Unterteilung kommt weg. Drüben auch. Und den Langszaun lassen wir sein. Hier, damit wir sie im Herbst, wenn sie in den Stall müssen, besser einsperren können. Dass sie nicht durch die ganze Weide rennen. Meistens ist es so, dass die Kühe springen in den Stall rein und ein, zwei Rinder folgen nicht. Und dann hat man die Probleme, dass die durch den Korall runter auf die Strasse in den Stall gehen. Da kommen Sie. Haben Sie das Gefühl, es gibt eine neue Weide? Da ist es keine neue Weide. Ja, 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 ja. Die Ruili, Ruili, Ruili. Ja, 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 ja. Ja, ja.